Wer kann das sein? Mal nachsehen. Es kommt von Lioncast. Mal gucken, was drin ist. Und? Das ist das LX50 Gaming Headset von Lioncast. Wie ihr bereits seht, handelt es sich um eine Produktplatzierung und wurde mir gesponsert von Lioncast. Es lässt sich auf ihrer Internetseite kaufen, die ich in der Infobox verlinkt habe. Kommen wir zum Produkt selber. Wenn man die Verpackung erstmal wegnimmt, haben wir hier die Kopfhörer, Anleitung und zwei Tüten. In der einen sind die relevanten Anschlusskabel, in der anderen das Mikrofon und nochmal Ersatzkopfhöreraufsätze. Nun schließt man alles an. Einmal das Mikrofon und das Anschlusskabel. Fertig. Schon kann man es benutzen. Es hat einen sehr schönen Klang und auch das Mikrofon hat eine sehr gute Qualität. Hier einmal ein direkter Vergleich. Was ihr hier gerade hört, ist mein altes Logitech Headset. Es übersteuert ziemlich, wie man merkt. Das, was ihr jetzt hört, ist das neue LX50 Headset. Und der Unterschied ist enorm. Der gute Klang ist auch der Grund, warum ich mich für dieses Headset entschieden habe. Und nicht für irgendein Standard-Headset. Es wird jetzt ein Lautstärkeregler, wodurch man einfach und schnell die Lautstärke verändern kann. Natürlich ist die Größe ganz einfach verstellbar. Insgesamt ist es ein sehr gutes Headset und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt einfach. Falls ihr Interesse an diesem Produkt habt, schaut einfach mal auf der Seite von Lioncast vorbei. So, jetzt mit dem neuen LX50 Headset kann es losgehen. Stream geht online in 3, 2, 1, GO!